Gerade Augenringebehandlungen als eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier durchführen, sind besonders beliebt und sollten eigentlich immer von einem Facharzt für plastische, ästhetische Chirurgie durchgeführt werden, der dieses Fach auch beherrscht und auch diese Behandlung auch sehr häufig durchführt. Gerade bei dieser Patienten sehen wir auch eine kleine Tränenfurche da, also der Tränensack ist relativ angespannt, jetzt natürlich nicht mehr und wenn die Hyaluronsäure ihre Wirkung komplett erreicht hat, man kann hier noch die leichte Spur des Tränensacks sehen, aber so denke ich kann man sich zufrieden geben.